Ich schreibe mich schön in den Schwenken rüber. Nein, Pantelina. Pantelina war der erste Schicker Noir von dem Tag. Ich bin hier im Schnee gesessen. Ja, das tut mir auch egal. Das ist so einfach, ehrlich. Der Skolina kommt bei der Skischule, hat eine Fugel-Garantie. Da habe ich es natürlich. Bin ich mit ihr dann? Erst zwei Tage im Auslaufen können, wenn sie zumindest auf den Skiern stehen können. Bis sie rutschen. Und dann habe ich auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch viel Spaß gemacht. Heutzutage im Auslaufen, und dann hat er noch das machen. Ich bin da in Wahrheit. Ich habe heute mitgeholfen. Nein, aber die Möglichkeiten. Den Kindern, die nicht Skifahren können, die nicht mehr Skis stecken, und dann müssen sie schauen. Das hat die Menschen heute gar nicht zufrieden. Doch. Ich bin da. Das hat man. Und dann hat er sich in der Zeit. Was ist das die Harte? Das war die Harte.